Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Galactic Science mit dem CD Play. Hallo. Also, was haben wir letzte Folge noch gemacht? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr, weil das war schon so lange hier. Nein, ich weiß es noch ein wenig. Also, gestern habe ich noch die Folge geschnitten, also da haben wir. Ich habe die Base ein wenig verschönert, da die Cobblestone Kiste ist jetzt verdammt voll. Da hätte ich gesagt, wir stellen da mal ein Barrel dran. Und die Base habe ich ein wenig ausgebaut. Da hätte ich gesagt, bauen wir das Lavo. Und da können wir ja dann noch einen Gang durchmachen. Und ich hätte gesagt, diese Runde werde ich einfach die Base weiter bauen. Ja. Oder machen wir Quests. Mal schauen. Ja, schauen wir mal. Ich baue schon mal ein bisschen aus. Eine Frage noch. Hast du den Timer gestellt? Ja, Audacity. Okay, also du kannst hinfahren. Ich ja. Okay, ich glaube nicht. Das kann ich klämen sogar. Okay, will ich nicht klämen. Was brauchen wir denn alles? Den Smeelting. Fueling up. Ich glaube, ich mache sogar das Fueling up schnell, weil das sollte relativ schnell gehen. Ja, denke ich. Ich glaube, ich muss den Anfalt Crucible beraten. Ach, nein. Nein, einfach. So. Da gebe ich die Kohle rein. Dann haben wir den und ich brauche, glaube ich, Lava. Aber wir haben das wohl von oben. Dann haben wir auch diese Quest noch erledigt. Ja, das wäre super. Und Wetzel brauchen wir. Und habe ich ja noch mit dem Block. Weil ich nicht. Felix und Tier noch. So, den Oxygen Tank. Könnte ich mir den Vollball nehmen. Bei den Halbvollen reingehen. Ja, das ist eine gute Idee. So, geht hier. Ich denke, ich probiere ein paar Quests zu lösen. Ich habe den Raum hinten schon ein bisschen vergrößert, aber mal schauen. Mal schauen, ja. Wie wir es machen. So. Alter, wie schnell das einfach geht. Ich glaube, wir bauen uns da eine Barrel, weil das geht einfach so schnell voll. Die Kiste. Ja, was können wir denn aus einem Dings, wie heißt man Dings, ähm, aus einem Kabelstone machen wir alles. Weiß ich nicht. Nicht geschüsselten Kabelstone, sondern was echtes. Hm, keine Ahnung. Ich muss ja auch schon schauen. So. Das brauchen wir. Irgendwie muss unter dem Dings ein Lava-Eimer sein. Ich weiß es nämlich nicht. Können wir ja schauen. So, und jetzt auch gerade. Ah, das arbeitet schon. Perfekt. Nice. So, dann machen wir das Öldings jetzt. Und mir geht nicht ein, warum das nicht mit dem Kabel in das Garage-Store geht. Ich verstehe das auch nicht. Hm. Egal. Machen wir Platten. Kann man Platten unten hinstellen, damit man... Keine Ahnung. Uh. Ich mache das schon alles mal hinten. Was wollte ich hier? Gar nichts. Normal wollte ich hier. Äh. Vielleicht mach... Ich habe es da kurz verdauen. Ah, was wollte ich da? Genau. Dieses Bruchstein. Was? Schon wieder voll. Kies haben wir jetzt 20. Mondrasen auch ein bisschen. Egal. Ich baue das nochmal ab. Und baue es wieder hin, weil ich bekomme das Fertig-Produkt oder weiß ich nicht, wie ich es nenne. Bekomme ich nicht mehr raus. Kann ich das jetzt da auch nicht besetzen, ich sag's dir. Fäden? Ne, nicht dein Ernst. Jetzt geht's auf der Seite. Und auf der anderen nicht. Ohne Scheiße. Hä? Willst du es tiefer bauen, oder wie? Nein, ne, ohne wenig. Nein, anders. Wie machst du das eigentlich mit den Blöcken? Hä? Ich habe das an Schizzle. Schizzle mit Diesel. Da klicke ich einfach drauf. Kann was einlegen. Ah, das habe ich gar nicht. Das musst du dir machen. Äh. Keine Bock. Ist auch okay. Ich kann sowieso nicht bauen. Ich lege mal alles in die Kiste da hin, für das Labor. Kann ich den Schiff füllen? Nein, kann ich nicht. Da brauche ich mehr Holz. Also, ich schaue mal ins Kiste. Das arbeitet wieder. Wo ist denn das? Dort. Ah, da habe ich den Schizzle. Sch- Geschisselten. Schaltkreislauffabrik. Was ist denn das? Soll ich mal weitermachen bei dem zweiten Quest? Du gehst also going up to the world? Ja, kannst du auch. Oder willst du, dass er ist komplett fertig? Nein, wir können nicht weitermachen. Okay, gut. Dann schaue ich mal hier. So. Ah, tut es so. Da ist ein Galaxi. Da ist ein Moranger. Woher haben wir Thyrian? Was ist das? Thyrian vom Romschiff irgendwas. Ah, das habe ich. Ah, wir haben eh schon ein Mikroskop und Schemmel. Ja, das habe ich reingemacht. Ja, ja. Schon klar. Ähm, das Thyrian, das ist vom... Das habe ich hinter dem Baum, da habe ich noch mehr von Eichenlaub hinzugefügt. Damit es mehr Sauerstoff erzeugt. Achso. Okay. Apropos Sauerstoff. Ah, da hat es ja noch einen vollen. Also, ich schaue mal aus. Scheiße. Hat das schon nicht. Mich würde es mal interessieren, Cobblestone. Gebe ich schnell an. Gucken. Cobblestone, da haben wir es. Aus den Geschüsselten kann man aber keine Stufen mehr machen. Nicht? Ah, schade. Also, ich schaue noch schnell. Was ist das? Wie hat das schon wieder geheißen? Ah. Schadkreis. Okay. Oh, falsch. Falscher Knopf. So, wir brauchen Aluminium. Zwei Knöpfe und Aluminiumkabel. Aluminium. Aluminium haben wir schon. Aluminium Barren haben wir, oder wie? Ähm, Aluminium haben wir schon, ja. Dann Hebel und zwei Kabel. Einen Hebel haben wir da oben, ja. Oh, wo ist der jetzt hin? Ah, da. Hebel haben wir, ja. Beziehungsweise Hebel ist auch nicht zu teuer. Nein, Hebel habe ich schon. Den habe ich abgebaut. Oh, time to. Heißt die Angelegenheit. Komm, wieder. Dann brauche ich noch. So, da. Hm. Entschuldigung, mal. Da gibt es... Hast du Aluminium Barren zwei? Aluminium Barren direkt. Aluminium Barren und Graue und Wolle brauchen wir noch. Das habe ich... Aber Wolle haben wir keine. Ich weiß nicht. Gleich hat ich kommt schon. Ich gehe mal an. Gleich auch. Ich weiß nicht. Zurückfahren. Keine Ahnung. Tut mir leid. Okay. So. Wolle haben wir noch 16. Das ist gut. Okay. Aluminium, wo haben wir... Ich baue hier schnell einfach das Lobbommerle ein wenig aus. Statt dem Broken Aluminium müssen wir das beraten, oder? Ähm, Broken Aluminium. Das müssen wir mit dem Hammer halt zusammenkarten. Aber ich kann das nicht auf den Boden setzen. Das müssen wir beraten, oder? Das ist ja schon zerbrochen. Ähm, das ist... Ich helfe dir. Gleich habe ich. Ich komme schon. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. O Rider, Kohle, Kohle. Wo ist denn das jetzt? Ich sammel's nicht an. Das musst du zusammen. Wie halt so viel zusammen. Dann setzt du das. Wieso konnte ich das nicht? Dann nimmst du den Hammer? einfach so viel zu sagen so jetzt noch mal zusammen habe ich noch was vergessen ich hatte ich gebe dir den hammer dann kannst du das noch mal kuh 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 perfekt so dann baue ich wieder weiter habe ich immer vergessen erstens mal ein wenig cobblestone zweitens mal ein wenig close down close down und jetzt einfach mal stufen stufen sollten sich nicht ausgehen so nächste stufe nächste stufe ist der stufe perfekt aluminium oreo das ist das muss ich auch wieder schlagen das nicht das muss ich jetzt braten denke ich das komplett das musst du ja ja bin ich dabei neun stück da gibt es schöneren close down als den normalen solch solchen ich mache er hat das labor muss schon 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 und so von dem ja ich denke ich liebe damals sieben wollte kann ich hier zurück schießen also es macht ja nix und jetzt muss ich doch was schießt und das hier habe ich so weiß ups perfekt nicht so schlecht aus denke ich ich mache so ja dann muss was ist das was vielleicht so denn die komposa stelle aluminium war hier so wohl der die komposa braucht ja energie fuck dann brauchen wir 6 wolle und 3 gut hin jetzt hier das kann doch lustig werden wie der die komposa braucht ja energie denke ich das war wohl ich macht einfach da so posten wieder rein und redstone fackel brauchen wir noch zwei das hebel habe ich das habe ich auch gut dann brauche ich nur noch redstone und zwar ist das ja so ein falsch so 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 dann ups bitte nicht oder schasse so ingots da gut ich glaube ich habe wieder ein rezeptor rezeptor sind das nein 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 wo sind die da perfekt das sollte ich hier hoch bin ich blöde vielleicht den hebel habe ich von spaziert den hebel da so nice das haben wir hoch 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 die stufe wir haben einen vollen durch gar nicht mehr bekommen da ist also hast du hast wir haben schon die jahre gewehr 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 erfreulicher bezieht dort dort genau jetzt kannst du das nächste ist das ist viel ja ich muss das weiter füllen mit holz das ist so das könnte ich jetzt ausbessern wird zack 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 und wo ist das noch wollen diamanten haben wir wieder bekommen irgendwie haben wir ein durcheinander da dort wird er einfach aber auf der luft und polo betrücken sind sie wieder ja wenn ich das so mal war das könnte auch ganz gut ausschauen perfekt jetzt mache ich den raum noch ein wenig länger um 1 2 3 4 5 1 2 3 4 und dann eine neue spitzhacke brauche ich dann bin ich seitlich wenig verschnupft bin ich auch also stimme ist jetzt auch nicht so prickel es ist doch egal kannst du mir eine spitzhacke bohren hast du keine oder kannst du das einfach so jetzt nur noch eine spitzhacke ich habe es perfekt das kann ich weg kann zehn kanister lege ich ich habe das von der gesammelt da liegt das könnte ich alles sortiert hier wir haben zwar die es gar nicht weiß dass wir ab so chest upgrade stack upgrade haben wir ich brate mal alles was wir da so an ressourcen haben ok 34 perfekt das war jetzt habe ich das noch aus aber ich glaube das schaut ganz cool aus alles stapel upgrade das ist in stapel upgrade für die kiste haben wir so tier upgrade upgrade und starten stapel upgrade stapel und rationierung ruhe was ist denn das was rationieren der kiste ganz links schau mal unten ganz unten gleich kogler ich brauche nur stellt die treppen hierher das so ich gehe mal wieder bäume an pflanzen war das obwohl dadurch schon später so dass treppen passiert beziehungsweise wir könnten ja jetzt heute eine längere folge ein wenig machen wenn wir das können wir wenn wir nicht 40 minuten aufnehmen dann halt eine 30-minuten-folge wieder vielleicht macht er nicht wenig lege halt zum hochladen und zum rendern und zum weiss ich nicht was aber ist geschickt ja das ist so nah die erste kiste hat keinen platz mehr was das brauche ich dann gehe ich mal diese scheisse raushauen weg 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 so da das kann ich hier platzieren haben wir eigentlich wieder erde 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 haben wir haben ja weiß ich nicht kompost die kannst du ja eigentlich das klappe kommen wir erde aus aber sonst eigentlich haben wir glaube ich nicht stimmt da kann ich schnell den tisch da fertig machen und dann haben wir eigentlich das labor so gut wie fertig ja energie brauchen wir energie unendliche energie das wird lustig die kartoffel weg damit das brauche ich auch nicht dann habe ich diese scheiße wieder rein wie machen wir denn das mit der energie das ist das problem ja das habe ich mir auch schon gedacht ich brauche immer noch eine guck bones vom knochen von wo kommen die knochen mehr beziehungsweise wir bräuchten einen generator raum der all unsere halt alle unsere die ganze base einfach mit energie das wäre super das war cool und erdem und rasen ich habe schon wieder keine was ich laufe jetzt noch voll zurück das habe ich jetzt nicht da haben wir es ich drücke die ganze zeit den schüssel den schüssel durch so eine spitzhack haben wir und jetzt das brauchen wir hier einfach den tisch hätte ich aber falsch egal das sollte genüge nur die frage ist wo brauche ich dann die kisten erheben die chests wer 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 da explodiert was ich weiß das ist ein creeper nicht ober mir ja nicht ganz so gehe ich eine crook holen hier ja stimmt da hat es schon ganz cool aus finde ich solche räume drei zwei drei so ich bin wieder jetzt kann ich das schüsseln knochen mehl ich bekomme immer knochen mehl scheiß siebt die video kabel so geschüsselt so ich wieder daran legen und da den will ich die folge geht schon etwa 20 minuten geht schon so schnell ist das das gibt es ja gar nicht wie es noch weiter oder ja sicher einfach weiter ich weiß nicht was ich ja einen knochen bekommen zwei knochen wie viel brauche ich fünf schaut schon ganz futuristisch aus für dich drei stelle ich das so hier beziehungsweise wie bekomme ich die energie das ist die frage oder wo wo ich sie hinlernen kann dass es nicht komplett behindert aussieht das ist die question das ist so ich brauche wieder fünf knochen nein 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 so ähm brauchst du wieder ein bisschen glowstone wollen wir auf glowstone lampen gehen oder so glowstone oder willst du fackeln machen das bringt sich nicht aber ich weiß nicht mal schauen ich mach mal ein paar fakten ok also der hauptraum können wir so lassen aber die anderen räume mit glowstone austoben werden wieso ist das hier so hell wie sollst du wie sollst du wie sollst du wo geschüsselte glowstone geschüsselte glowstone wie mache ich das so also ich habe genau ja glowstone haben wir schnell wieder falsch achso haben wir schnell also nur ein bisschen damit kann ich okay komm ich habe wieder 21 glowstone achso das glowstone richtig nice nein unendliche energie wäre super wenn wir das noch bekommen würde wer das das sahne halb ich das ist so aber das wird schwer ja das schon bis wir uns halt anschauen ich bau dir da ein wenig rock noch ab ja 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 so dann haben wir das wieder auch eins haben wir was soll ich dir den glowstone bringen oder bringen bringen da brauchst du da weil ich dich holen würde schon wenn ich ihn bräuchte okay ich lege es in die linke hier wieder das wird schon ganz cool glaube ich jo wird schon schön habe ich bruchstein dabei und holz ja das habe ich dann dann mache ich eine crook gut so jetzt noch bald die geschüsselte schäfer ich finde das hört sich so lustig aus ja das ist so redstone habe ich schon wieder 21 das mache ich zu einem block da habe ich sicher noch irgendwo restliche scheiße kein problem so ich hätte eigentlich das labor so gut wie das fertig gebaut ironstone das labor sieht eigentlich schon ganz schön fotografisch aus okay so jetzt schau ich mal wo ich die ganzen essenzen und das einlagern könnte wie viel holz benötigt man dass man einen füllen kann ist da extrem viel wir brauchen nichts wir müssen eine automatische holzfache fabrik machen uns irgendetwas boah das kann lang dauern hey dafür brauche ich noch was schaufeln tschak tschak jetzt noch mal was schieseln schiesel du du bist du ich bin mal ein bisschen hausabbaum und die ah das funktioniert schon wieder nicht ups es geht ja leicht auf den sack wieso komme ich hier nicht drauf ich weiß nicht an was das liegt man kann immer nur ein bisschen was aber wendung nicht anders keine ahnung ja schon so die energie fehlt jetzt nur noch da mache ich so ich suche mir einen schönen platz wo wir den die composer hin bauen könnten und dann baue ich da einfach eine leitung hin aber die leitung kosten hat auch wieder ja schon klar oh mein gott das hätte ich zwar gerne auf dem tisch aber wenn das nicht funktioniert dann machen wir es halt nicht auf dem tisch so da wird sie auch passen so so die frage ist wo wir den generator raum hin bauen wenn wir bauen ja so mittig irgendwie dass wir alles mit diesen befeuern können ich hätte gesagt ich hätte gern den generator raum auch circa so in dem style wie wir es hier haben und gleich anschließen anschließend ja das ist ja schauen wir also ich bräuchte was brauche ich eine spitze abgestimmt hier kann ich hier jetzt ich hab's so ein quest kann ich abgeben ein perfekt bekommen aber brauchen wir ja unbedingt ich weiß ich was welche farbe willst du ja das ist egal aber da ich weiß ich brauch der spitzhacker egal ich nehme jetzt grün so da ist es laut so was haben wir bekommen ein reward pack schon wieder ok ja ich hab euch auch einen fuel kanister ok nice also wir haben Öl und Fuel ja ah so eine raffinerie egal ja brauchen wir da haben wir Kabel cool 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 da haben wir ja irgend so verschieden circuit fabricator das ist das gar nicht egal ich gebe das mal irgendwo so holz gebe ich hier rein so das passt schon so jetzt brauche ich mir endlich mal so ein ich bin immer noch Fäden am sammeln so ach so ach so oh das war knapp jetzt brauche ich schnell eine Spitzhacke ok oder vier Spitzhacken wir haben viel zu viele Kabel das ist so das ist so das ist so da machen wir da doch so der Peril hier tut da passt das wieder ja denke ich auch das holz einsam das gebe ich hier weg ja das passt jetzt so nein nein da war ich hier was war fast gestorben ok ich weiß schon was 2 3 4 1 2 so was wollte ich machen 4 in der Monderde da muss ich diese scheiße ah diese 3 4 ich bin jetzt gleich tot ah perfekt da komme ich raus ok ich hätte gesagt wir machen da gleich den Generator oh 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 was ist ich sterbe jetzt denn gleich vielleicht überlebst vielleicht auch nicht eher nicht ja doch auch eventuell schon und jetzt jetzt kommen noch die Spinnen ja super naja jetzt stirbst noch Licht noch uh ich muss mir ähm Dings holen einen Tank wieder ja ja ich auch bald wieder weil meine beiden sind fast leer so jetzt habe ich das Loch wieder zugemacht so das hier das hier wieder da rein ok perfekt so so also ich hätte gesagt ich baue jetzt eine crafting table dass ich nicht immer hin und her laufen muss ja das ist eine gute Idee ja das ist eine gute Idee und den setze ich einfach hierher so glowstone hast du ja in der Kiste in der linken ok nice hole ich mir dann hole ich mir dann und schüsseln muss ich wieder was äh die sich die scheißen mobs das muss ich sehen so die frage ist wie mache ich das also 1 2 1 2 ok 3 ok also ich muss jetzt da 3 rüber also 1 2 3 da geh ich rein da geh ich rein oh danke für den boost wie viel geh ich denn da her 1 2 3 1 2 3 3 gehen oh 1 2 3 da geh ich wieder dort her ich seh nichts mehr wieso ah da haben wir nice ich bin immer noch am diesen scheiß infected leaves am abbauen haha das achso du hast ja letztens irgendwas gekauft was wir dich brauchen jo also doch wir können es schon wieder brauchen aber nicht so viel die netze oder für die sieber ja ja wenn wir eine automatische sieb farb machen dann gehts ja dann gehts können wir es gut gebrauchen cool wärs auch wenn wir so riesengroße solarpanel anlagen bauen würden ja ich denke das ist noch zu weit weg geht das geht schon jo jo cobblestone tschak tschak und hier jetzt noch den geschüsseln und das war's ich hole mir schnell ein wenig glaubt okay gut ja hold on drei close down ah 6 close down haben wir ok perfekt also jetzt einfach nur den schüssel schüsseln close down so perfekt das wird schon tot ich muss mal wieder auf die uhr schon wie spät es überhaupt ist und ich wusste jetzt sowieso aufhören also ab oder zu machst du ja ok ok gut das war wieder mal eine runde galactic science ich hoffe es hat euch gefallen lasst doch am besten eine bewertung da oder so etwas oder ein kommentar oder ein abo ja und ich ja das ist noch etwas sagen oder ja ich sag mal wir sehen uns beim nächsten mal bis zum nächsten mal ja bis zum nächsten mal schon wieder egal dann tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020